Leute, wir sind's wieder, die verrückten Vögel. Wir sind beim Top-Spiel des 28. Spieltages, der Premier League, Liverpool gegen Manchester City. Ich stand in Liverpool, und du mit City. Ich mit City, und wer die Tabelle im Kopf hat, der weiß, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Punkt an die beiden. Liverpool ist erster, City ist zweiter, abwarten. Dann wollen wir mal gucken. Also ich in Sky Blue und Philipp in Weinrot. Wein. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League, Liverpool gegen Manchester City. Da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt. Bäh! Tor! Zack! Arland! 1-0! Ich muss mal anfangen mitzuspielen. Macht das unheimlich gut. Den Schuss kannst du nicht halten. Das ist ein super Tor. Nein, warum hat denn da so viel Platz? Das weiß ich nicht. Vielleicht macht es weiter bitte noch. Hier. Herzmuskel-Lipopulier was tun. Rückstand. Luis Diaz. Diaz. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Alexis McGallister. Könnte der Ausgleich sein. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss... Nachflieger-Antwortgleich. Kein Problem, den hat er. Nichts Problem. Ist kein Problem. So, Ecke kommt. Sie spielen erstmal raus. Ah, wieso ist das schon wieder? Da ist der Ball weg. Mohammed Salah am Ball. Alexander Arnold. Ja. Alter. Haarland. Er erzwingt den Ballverlust. Da ist der Klingdecker. Da müssen sie eng an ihm dranbleiben. Ja. Oh Gott, das war auch so uninspiriert. Aber was ist denn mit meiner Abwehr? Ganz energisch. Oh, er steil passt jetzt. Sieht gut aus. Ja, ganz sicher. Wie wär's mit dem Kopf frei? Ballgewicht. Gutes Pressing in dieser... Das ist eine Frisur. Das war eine gründliche Chance. Ich hab gedrückt, aber er wollte meine ganze Abwehr. Er wollte den keinen machen. Der Bräune führt diesen Eckball aus. Er spielt den Ball raus. Schütze. Geht dazwischen. Darwin. Hä? Oh, no. Oh, krasser Ausgleich. Oh. Er ist wieder drin. Das ging rein. Wir haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ahlans. Kai Walker. Versucht es aus großer Entfernung. Boah. Allison hält. Bald ist noch im Spiel. Bei ihm ist er in Station. Alexis. Schoko schlägt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Alter Schwede. Das ist aber ein schönes Ruckspiel hier, du. Ja, gut nach innen gegangen. Oh, das Spiel gedreht. Der bleibt knapp. Ja. Scheiße. Highlighten. Hier ist jetzt nochmal die Wiederholung des Treffers. Wunderbar. Den Ball getroffen. Der geht in den Bogen. Wunderbar. Ich bin. 2-1. Hier ist noch ein. Oh, jetzt können wir nochmal wieder ein bisschen Smalltalk machen. Ich glaube, das ist ein großer Rutschneider her, Leute. Das ist nicht mit Virgil. Dinger, willst du mich? Luis Diaz. Könnte was werden bei diesem Steilpass. Aus nächster Nähe in die Großchance, aber jeder soll es zur Stelle. Wie eine kleine Dessert, hat er mich vernascht? Ecke für Liverpool. So muss das. Alter, Alan kann aber kein Kopfball. Den musst du erstmal raus holen. Den musst du erstmal holen. Den mal raus da. So ein bisschen deinen Eckball-Dingern gearbeitet. Nee, aber wie lang war bitte sein Ding? Ich wusste gerade nicht, was los ist. Offside. Der Schnürsenkel. Das ist mir noch schön umgetreten, oder? Das ist mir nicht bekannt gewesen. Das kann gut sein. Das wird eh nix. Oh Gott. Reichter. Oh nee. Das war kein Freistoß. Ja, ein bisschen verzogen ist okay. Der Schnürsenkel hat den Ball abgenommen. Der Schnürsenkel hat das denn hier mit ihm. Der Schnürsenkel hat das denn hier mit ihm. Der Schnürsenkel hat das denn hier mit ihm. Was geht ab? Darwin. Charles. Schatz. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Keine Ecke hier. Schön mit dem Tief. Der Schnürsenkel hat das denn auch so geil rein. Ein besseres Ende für den Torwart. Ecke kommt rein. Gute Aktion. Gut geklärt. Wadjol, Alter. Als Konterspieler. Liverpool holt gute Chancen raus. Und vor allem können sie die dann auch eiskalt nutzen. Das macht sie heute so stark. Das zeigt ja auch das Spielstatt. Oh ja. Und dann doch der Ballverlust. Alter. Gibt den Ball bis jetzt ab. Darwin Juniors ist das. Gehalten. Was ist denn hier los? Ecke kommt den 16er. Ah, Börbenschild. Klasse Kopfball geht. Wollt schon meine halbe Mannschaft auswechseln, weil ich so schlecht bin. Ballverlust auf Seiten von Manchester City. Diaz. Am langen Pfosten wartet Zerlar. Oh, da ist er. Mo. Hast du den gesehen, oder? Mhm. Zack. Das ist so, glaube ich, ein Bier gegeben, oder was war das? Ja, so würde ich es nicht sehen. Das hier, der Pass allein. Das war irgendwie so, nimm du ihn, ich habe ihn, ach scheiße, was machen wir jetzt? Ah gut, ich habe ihn doch noch. Ich habe den Falschen gefoult. 4 zu 2 steht es damit. Hier ist einiges los. Mohamed Salah. Sehr gutes Faking, das war wichtig. Nun ne Bräune. Noch den Anschluss vom... vom fucking Halbzeit. Oh, Alter, Frank, ruhig mal abpfeifen, mir. So, wie bei Real. Madrid. Ja, unnötig jetzt ein bisschen. Unnötig, das ist jetzt... Ja, noch so sieben Tore in einer Halbzeit, das ist aber lecker. Das ist gut. Und damit ist diese erste Spielzeit. Alles klar, apropos, wir machen jetzt erstmal Pause zu Ende, es geht weiter. Dann sind wir wieder, auf geht's. 4-3, wahnsinnige erste Halbzeit. Wir brauchen erstmal auch Pause. Und jetzt geht's weiter. Knappe Führung für Liverpool, wir fahren weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Hey. Alter, das darfst du nicht. Oh, haha. Nicht mit Ruven, oder was? Nee. Haaland. Haaland! Stark gemacht! Oh! Lies Sohn! Nein, der hat Schwede mit dem Zeigefinger. Nochmal weggeleckt. Boah, der ist ein Geiger. Ist dabei. Nein. Ich war, dass er geguckt hat. Oh, oh, das könnte feiern werden. Oh, ha, das könnte noch feiern werden. Oh, oh. Oh, oh, weil die am Ball vorbeilaufen. Die beiden Dudes. Ich hab' gegen irgendeine Wandschrank gelaufen. Good night, ey. Alter, ich will hier mal einen Spieler haben. Ja, er spielt den einzigen Pass, den er nicht spielen darf. Das ist ja so schnell, ey. Weil ich das möchte. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Das wird einfach geben nach diesem Pass, der Kanzi, Alter, da sollen wir doch gar nicht hin. Sie haben den Ball. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Das war richtig knapp. Das sah gut aus. Da wäre fast der Auffang. Das war ein Bär. Das sind frische Kräfte, wo das Land braucht. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wegterminiert einfach. Auf dem Weg zum Tor. Den Ball holt er. Sie können kontern. Scheiße. Das gibt Vorteil. Gute Entscheidung. Weiter diese Szene. Trend Alexander Arnold. Was macht's denn, Alter? Doch nicht so. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Die Riesenchance. Ja. Alles klar, Digger. Vorteil für Manchester City. Was ist mit Rudry? Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fast der Treffer, fast der Ausgleich, aber nur Alu. Nicht zu überhören, viel Pech dabei. Aber ich bin sicher, die geben nicht auf. Und jetzt schauen wir erstmal auf diesen Angriff. Da muss er hin und holt sich den Ball. Das ist gerade nicht zu viel schnell, was hier in der zweiten Halbzeit passiert. Er versucht's. Es ist nicht zu fassen. Ausgleich. Ben, Digger. Doku, Digger. Kann doch eigentlich nur schnell laufen. So Doku, Digger. Halbiger, also ein Schluck Mezzo-Wix. Keine Schlauchwerbung. Und widerstehlich trischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schuss. Ein Strahl. Alter Schwede. Da kann man nur den Hut ziehen. Sie zeigen die tolle Moral und holen sich hier den Ausgleich. Mohammed Salah. Ach so, scheiße, Schwerer. Das war eine gute Chance, aber jetzt der Abstoß. Ja, aber ein Schlecker zu viel, ne? Ja, da war das Spiel für zu Ende. So, jetzt kommt Spuren. Einfach was. Kurzer Blick zur Uhr. Ja, wo dricht der Wind? Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da wollten die Fans einen Elfmeter haben. Jetzt vielleicht noch Platz für den Konter. Der Ball ist erst mal rausgespielt. Machen Sie gut, Ball erst mal weg. Dieser Typ da hinten, ne? Wirtel. Das ist das. Edersonel, Ball noch im Spiel. Den hat er und damit ist sie gefahren. Ja, was? Den hat er. Die war natürlich sensationell. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Äh. Hast du mir so gedacht, Digga? Rodri spielt der Mann steil. Ähm. Der Bräune. Der Keeper hält und verletzt hier die Niederlage. Sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr Zeit für weitere. Und sie schon. Deine Spieler sind das gewinnt, ne? Ja, ja. Der Ball kommt rein. Boah, der war knapp. Klassikopfball. Oh. Der hat nicht viel gefehlt. Huren, Digga. Was ist da los? Joghojota. Das ist Joghojota. Packen Sie hier noch das Tor. Oh mein Gott. War es ja später oder was? Oh, nee. Für was denn? Ah. Ja. Das ist doch jemand reingekriegt. Guck's dir an. Hui. Aber saftig von hinten. Ach, shit. Ach. Sie wollen die erneute Führung. Der verpasst. Ach du Sack. Weg. Ach du Scheiße. Ui. 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 und da geht der spieler dazwischen und fängt den pass ab sie versucht noch mal alles weiter diese knappe rückstand das war aber auf 90 mal der bayerische weggeschlagen also sonst wieder die tröckenbomben noch trifft sonst spiel dann wirklich wenn sie so spielen das macht ja sonst alles aber da geht er nicht hin und dann hat er ihn und dann das ist ungefähr so ein dünner denk wie bei deinem schutz eigentlich schon geklärt wieder ausgeglichen eine enge eine spannende partie holiger ihr könnt jetzt noch mal gefährlich werden und jetzt ist die gefahr bereinigt weg ist der ball könnte konter geben ballverlust ja kein guter konter so darf man es natürlich nicht machen die zweite hälfte ist vor allem nur panik haben wir zu tun zu fangen wuhr mit fünf geile nummer ein was für ein hartes game ich glaube oder ich hoffe ihr hattet auch so viel fun wie wir es war mega vielen dank dass ihr dabei wart lasst gerne einen daumen da abonniert uns bis zum nächsten mal und wenn ihr wollt sehen wir uns auch nächstes mal genau haut rein tschau tschau